Freiträumertag Vor allem die einmalige Natur Deutschlands hat er jahrelang mit seiner Kamera eingefangen. Von der Nordseeküste bis zur Zugspitze und von der Eifel bis in die Sächsische Schweiz. Es gibt fast keinen Flecken, wo er noch nicht gewesen ist. Erleben Sie Deutschland, wie Sie es noch nie zuvor gesehen haben. National Geographic Fotograf und Weltenbummler Tobias Hauser nimmt Sie mit in die unberührte Natur Neuseelands. An einsame Strände und zu einer besonderen Kultur mit faszinierenden Mythen. Begleiten Sie ihn abseits der touristischen Pfade in dieses faszinierende Land am Ende der Welt. Es ist Belohnung für jeden Fotografen, wenn er dann für so einen tollen Begriff seine Arbeit präsentieren darf. Zum Festival restlos ausverkauft. Im Herbst noch einmal in Plauen. Erleben Sie die Kraft und Faszination eines Landes, das immer wieder aufs Neue fasziniert. Naturfilmer Stefan Erdmann nimmt sie in einem einzigartigen Film- und Musikerlebnis mit in die Weiten Islands. Die einfühlsame Stimme der Sängerin Isgard untermalt seine Liebe zu dieser Insel, die er schon dutzende Male bereist hat. Ich habe selten so ein tolles Festival erlebt. Wir freuen uns jetzt schon dran. Eine Woche später das Freiträumer-Spezial. Willi Weitz live und voller Leidenschaft für Sie auf der Bühne. Begleiten Sie den Welterforscher und Abenteurer hautnah bei seinen spannenden Reisen. Willi taucht dabei in den Alltag von Kindern aus aller Welt ein, sucht gefährliche Herausforderungen, schießt wunderschöne Fotos und wandert ohne einen Cent in der Tasche quer durch Deutschland. Wo ein Willi ist, ist auch ein Weg. Lustig, spannend, erstaunlich. Willis neue wilde Wege. Der Multivisionsvortrag für die ganze Familie. Also, wir sehen uns bei Willis wilde Wege. Zum Finale lädt sie der Festivalmacher Mario Goldstein ein. Zusammen mit seiner Frau Ramona bricht er auf und taucht tief in die Wildnis Kanadas und Alaskas ein. Erleben Sie Tiere hautnah und lernen Sie von Menschen, die die Geheimnisse der Wildnis kennen. Erfahren Sie, wie Mario und Ramona auf einem selbstgebauten Floß den Yukon bezwingen. 3.000 Kilometer auf dem großen Fluss. Natur pur mit all ihrer Schönheit, aber auch Momente des Aufgebens und Grenzerfahrungen, die zutiefst berühren. Folgen Sie Mario Goldsteins Sehnsucht nach Wildnis und reisen Sie mit ihm quer durch den Norden Amerikas. Werden auch Sie ein Freiträumer. Jaaaa! Der Freiträumertag am 19.11. und das Freiträumerspezial am 26.11. in der Festhalle Plauen. Jetzt Tickets sichern! . . . . . . . . Vielen Dank.